Oh, nein, 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 NEIN! Jaguar, warum regst du dich darüber so auf? Bist du immer noch darüber wütend? Ich kann nicht mehr ein Auge wegen diesen beiden mehr zumachen, seit die beiden geboren sind! Ist mein Leben im Eimer! Hm, also besonders ähnlich sehen sie ihn nicht. Die beiden sehen ihm überhaupt nicht ähnlich! Das sind nicht Tigers Kinder! Tiger hatte noch keine Kinder und war aber ausgerechnet jetzt! Musste er unbedingt mit Christina Kinder machen? Ich weiß doch nicht, warum Adelisa keine Kinder haben will! Aber Tiger hatte doch gesagt, dass er gar keine Kinder haben wollte! So ein Lügner! Ähm, haben wir nicht das richtige Alter dafür, um Kinder zu bekommen? Natürlich schon! Aber er hatte gesagt, dass er keine Kinder haben wollte! Wie konnte er es denn sich so schnell überlegen? Ich finde es zwar schade, dass Adelisa keine Kinder haben will, aber vielleicht wird sie in Zukunft darüber nachdenken! Und vielleicht auch du! Huh! Oh! Oh, no! Oh, no, no, no! Jaguar, why are you so upset about it at that? Are you still angry about it? I cannot lower clothes and eye for this tumor! Other two were born! My life is in the bucket! Hmm, so they do not look particularly like him. These two him look nothing alike! They are not Tiger's children! Tiger had no kids! And why now? He absolutely had made children with Christina! I do not know why Adelisa will not have children! But Tiger had said that he wanted to have any children! Such a liar! Um... Did not we... Get the right age for children? Of course already! But he had said that he wanted to not have children! How could he sign to think so fast? I find it a shame that Adelisa will not have children! But maybe she will think in future about it! And maybe even you! Hmph! He will not have children! He put him in his home! I feel like aaja... He was born! He wasn't born! I had a spirit with the man who was born! I is born! Sphärisch.